Du befindest dich im Kurs zu den ZPO-Themen im zweiten Examen. In diesem Exkurs beschäftigen wir uns mit der Baumbachschen Kostenformel. Wichtig ist, dass du den Exkurs zur Streitgenossenschaft in der Urteilsklausur schon kennst, dann sagt dir auch die Baumbachsche Kostenformel schon was. Dort haben wir sie nur angerissen. Hier wollen wir uns mit den Details befassen und insbesondere damit, wie du in einer Klausur vorgehst. Unsere Ausgangskonstellation. Die Klägerin verklagt B1 und B2 auf Zahlung von je 5000 Euro. Die Beklagte zu 1 wird verurteilt, an die Klägerin 5000 Euro zu zahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Das ist unser Tenor zur Hauptsache. Gegen die Beklagte zu 1 gewinnt die Klägerin, gegen die Beklagte zu 2 verliert die Klägerin. Und jetzt ist eben die entscheidende Frage, wie gehen wir damit im Kostentenor um? Wir haben einen Kostenstreitwert von 10.000 Euro. Die Klägerin möchte ja jeweils 5000 Euro. Sie gewinnt einmal mit 5000 Euro und das andere Mal verliert sie mit den 5000 Euro. Eigentlich liegt es ja auf der Hand, wie wir vorgehen. Die Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin und die Beklagte zu 1 je zur Hälfte zu tragen. Das wäre jetzt intuitiv. Aber, das weißt du bereits aus dem anderen Exkurs, es ist falsch. Denn es würde bedeuten, B1 müsste auch die Hälfte der Kosten von B2 tragen. Wenn wir sagen, die Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin und die Beklagte zu 1 je zur Hälfte zu tragen, dann muss B2 sich die Hälfte ihrer Kosten, Anwaltskosten, bei der Klägerin holen, die andere Hälfte aber bei der Beklagten zu 1. Warum ist das ein Problem? Deshalb, weil zwischen den Beklagten kein Prozessrechtsverhältnis besteht. Es sind einfache Streitgenossen, die haben miteinander prozessual nichts zu tun. Sie werden, sagen wir ruhig, zufällig von der Klägerin in einen Prozess gezogen. Es gibt kein Prozessrechtsverhältnis zwischen den Beklagten. Es gibt eins zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1 und ein anderes zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 2. Wenn das aber so ist, dann dürfen die Beklagten untereinander auch nichts mit den jeweiligen Kosten des anderen zu tun haben. Und deswegen ist diese Kostenentscheidung falsch. Sie ist intuitiv, das macht es so schwierig, aber sie ist falsch. Deswegen musst du diese Konstellation so gut kennen. Nochmal, wenn du so tenorieren würdest, müsste sich die Beklagte zu 2 die Hälfte ihrer Kosten von der Beklagten zu 1 holen. Das wäre nicht richtig, weil zwischen beiden kein Prozessrechtsverhältnis besteht. Es gilt in diesem Fall die Baumbachsche Kostenformel, schon erwähnt. Wir trennen hier zwischen Gerichtskosten und außergerichtlichen Kosten. Und jetzt geht es darum, wie machen wir das? Beginnen wir mit den Gerichtskosten. Hier addierst du zunächst sämtliche Angriffe des Klägers. Wir machen es gleich an unserem Beispiel, aber erstmal jetzt in der Theorie. Du addierst sämtliche Angriffe des Klägers, also alle einzelnen Klagen sozusagen, und schaust dann, mit welchen Angriffen war der Kläger erfolglos. Insoweit muss er dann die Kosten tragen. Und mit welchen Angriffen war er erfolgreich. Insoweit trägt der unterlegene Beklagte die Kosten. Und am Ende bildest du eine Quote zwischen dem Kläger und dem oder den unterlegenen Beklagten, und zwar nach dem Verhältnis des Unterliegens des Klägers zur Summe sämtlicher Angriffe. Was bedeutet das jetzt konkret? Wir haben bei unserer Klägerin einen Angriff gegen die Beklagte zu 1, der hat einen Wert von 5000 Euro. Und wir haben einen Angriff gegen die Beklagte zu 2, ebenfalls 5000 Euro. Die Summe sämtlicher Angriffe beträgt also 10.000 Euro. Das entspricht hier auch dem Streitwert, darauf kommt es hier aber gar nicht an. Das sehen wir später, wenn wir uns in einem anderen Exkurs mit der Gesamtschuld beschäftigen, dass das nur letztlich hier für unsere Fälle eine fiktive Summe ist, die aber wie gesagt hier auch dem tatsächlichen Streitwert entspricht. So, dann schauen wir mal. Angriff gegen B1, 5000 Euro, da gewinnt die Klägerin. B1 ist ja verurteilt worden. Also muss insoweit B1 die Gerichtskosten tragen. Bei dem Angriff gegen B2 ist es genau andersherum. Da verliert die Klägerin und muss deshalb selbst die Gerichtskosten tragen. Aus der Summe der Angriffe von 10.000 Euro verliert die Klägerin also 5000 Euro und B1 verliert 5000 Euro und B2 verliert nicht. Und daraus folgt, dass die Klägerin die Hälfte der Gerichtskosten trägt und B1 die andere Hälfte der Gerichtskosten. Das ist unsere Quote für die Gerichtskosten. Wir haben zwei Angriffe. Die Summe der Angriffe beträgt 10.000 Euro. In Bezug auf diese 10.000 Euro verliert die Klägerin mit 5000 Euro, also zur Hälfte. B1 verliert mit 5000 Euro, also zur anderen Hälfte. B2 verliert nicht. Und deswegen tragen die Klägerin und die Beklagte zu 1 die Gerichtskosten jeweils zur Hälfte. Machen wir eine Plausibilitätskontrolle. Stellen wir uns vor, die Klägerin hätte nur B1 verklagt, dann hätte sie vollständig gewonnen und B1 müsste die Kosten des Rechtsstreits tragen. Hätte die Klägerin nur B2 verklagt, dann hätte sie diesen Rechtsstreit verloren und müsste selbst die Kosten tragen. Es ergibt also Sinn, dass jetzt hier in diesem Verhältnis B1 und Klägerin die Gerichtskosten auch verteilt werden. Machen wir weiter mit den außergerichtlichen Kosten, also vor allen Dingen den Anwaltskosten. Hierfür addieren wir sämtliche Angriffe, die von einer Partei ausgehen, also von dem Kläger, und die sich gegen eine der Parteien auf der Gegenseite richtet. Unterliegt die Partei? Trägt sie ihre Kosten selbst? Obsiegt sie? Trägt der Gegner die Kosten? Auch das wird jetzt konkret an unserem Beispiel. Wir beginnen mit den außergerichtlichen Kosten der Klägerin. Die Klägerin hat einen Angriff gegen B1 gestartet über 5000 Euro und einen Angriff gegen B2 über 5000 Euro. Gegen B1 hat sie gewonnen. Insoweit müsste also B1 die Kosten tragen. Gegen B2 hat sie verloren. Insoweit müsste sie ihre Kosten also selbst tragen. Das entspricht hier der Verteilung der Gerichtskosten. Das hast du erkannt. Und zwar deshalb, weil wir bei den Gerichtskosten ja von der Summe sämtlicher Angriffe ausgegangen sind, die selbstverständlich die Klägerin gestartet hat. Und wenn wir bei den außergerichtlichen Kosten der Klägerin auch die Summe sämtlicher Angriffe nehmen, dann muss sich das decken. Hier haben wir also dasselbe, außergerichtliche Kosten der Klägerin, B1 zur Hälfte und zur anderen Hälfte die Klägerin selbst. Wie ist das mit den außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1? Die Beklagte zu 1 sieht sich eines Angriffs der Klägerin ausgesetzt, nämlich über 5000 Euro. Sie verliert insoweit auch, denn sie ist ja verurteilt worden, und muss deshalb ihre außergerichtlichen Kosten selbst tragen. Wie ist es bei B2? Auch B2 sieht sich eines Angriffs der Klägerin ausgesetzt. Auch dieser Angriff hat einen Wert von 5000 Euro. Hier gewinnt die Beklagte zu 2 aber. Das bedeutet, die Beklagte zu 2 trägt ihre außergerichtlichen Kosten nicht selbst. Wer trägt sie dann? Die Beklagte zu 1 darf es nicht sein, baumbachsche Kostenformel, sonst müssten wir das ja alles nicht machen. Es kann also nur die Klägerin sein, weil von der ja auch der Angriff ausgeht. Das heißt, die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 2 trägt die Klägerin. Schauen wir hier noch einmal rauf. Wir haben unterteilt in die außergerichtlichen Kosten aller Parteien. Haben bei der Klägerin gesehen, die Verteilung der außergerichtlichen Kosten der Klägerin entspricht der Verteilung der Gerichtskosten. Bei B1 haben wir gesehen, B1 verliert den Prozess ja gegen die Klägerin und muss ihre Kosten selbst tragen. Sie kann natürlich nicht davon profitieren, dass B2 auch noch beteiligt war und den Prozess gewinnt, denn damit hat sie ja nichts zu tun. Und umgedreht kann B2 natürlich keine Kosten tragen müssen, weil sie ihren Prozess ja voll gewinnt. Auch hier wieder Plausibilitätskontrolle. Hätte die Klägerin nur B1 verklagt, dann müsste B1 sämtliche Kosten des Rechtsstreits tragen, also sowohl die der Klägerin als auch ihre eigenen. Hätte die Klägerin nur B2 verklagt, dann müsste die Klägerin sämtliche Kosten des Rechtsstreits tragen, also die eigenen und die außergerichtlichen Kosten von B2. Und das Ganze gießen wir jetzt noch in einen schönen Tenor. Du kannst das alles getrennt tenorieren. Also jedes einzelne Ergebnis einzeln. Erst die Gerichtskosten, dann die außergerichtlichen Kosten der Klägerin, dann die von B1 und dann die von B2. Souveräner ist es aber, wenn du das einheitlich tenorierst. Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten der Klägerin tragen die Klägerin und die Beklagte zu 1 je zur Hälfte. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 2 trägt die Klägerin. Die Beklagte zu 1 trägt ihre außergerichtlichen Kosten selbst. Hier musst du nur darauf achten, dass du nichts vergisst. Also vielleicht solltest du am Anfang in den Übungsklausuren das ruhig einzeln tenorieren. Im Examen spätestens solltest du aber das in einen einheitlichen Tenor bringen. So, wie gesagt, das war die denkbar einfachste Konstellation. Mit diesem Handwerkszeug kannst du aber auch alle komplizierteren Konstellationen meistern. Wir schauen uns in einem gesonderten Exkurs gleich nochmal an, was sich ändert, wenn die Beklagten als Gesamtschuldner in Anspruch und dann auch teilweise verurteilt worden sind. Das war die Beklagte der Tatubert. So, wie gesagt, es war die Beklagten als Gesamtschuldner. So, wie gesagt, das war die Beklagte. So, wie gesagt, es war die Beklagte. Vielen Dank.